was mit mir zu machen immer noch Prozent der Ereignisse ist etwas zu machen nur Prozent Prozent ab ein kleines versautes Luder das hat er die kennen schon so lange müssen schon was wir wollen glaube ich aber er hat Prozent kann immer jemand ach ich habe fünf Schienen auf die Reichen leider nicht hat noch jemand Schienen oder sind Schienen bei euch im Lager bei Zeug da sind ganz viele Schienen, da sind auch Redstone-Fackeln Perfekt und dann gehen wir gleich mal Essen jagen Tani, so muss es sein die Männer bleiben zur Paube und machen hier alles schön und die Frauen gehen jagen die Käsevogel und die Sklave müssen auf dem Turm bleiben und weiter schuften, schon klar ja genau, die Kerle, die bleiben zu Hause und kümmern sich um den Haushalt und die Frauen, die gehen jagen ich bin aber weit dran, ich bin ein Sklave ich brauche noch ein Schwerk Drei theoretisch müssten wir jetzt noch so einen schwarzen genommen so als Sklave ja klassisch oh wer hat ja die Tür hier aufgelassen so mein Stack ist alle mach du das? ok, cool, dann kannst du machen was du willst was war ich? ich bin jetzt Zuckerrohr abbauen alles Nö. 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 Mach ich mir noch mal ein paar später. Du bist voll leise, Tanni. Er dreht auch gerade ein bisschen leise. Warum? Weil ich schüchtern bin. Oh, hier. Schüchtern. Oh. Schüchternheit ist so scheiße, weil das behindert ein oder so kann man. Wollte gerade Freestyle Gummibären von Null Lied singen. Ja. Ich war voll gefesselt und im Mund total bin ich total gepackt. Ich weiß, das hab ich schon gehört an deiner Atmung. Das war so schön. Ja. Meine Herren. Scheiße ey. Ich hab so einen Ohrwurm die ganze Zeit von so einem scheiß Lied. Ich hab noch zweieinhalb Essensbalken. Ja. PGA, I got Spurs, Jingle, 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 Jingle. Da, 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 da. Aber das ist nicht das Lied, wo ich... Ja, bewerf ich mit Schneebellen? Hast ja nichts Besseres zu tun. Mit was kann man Schafe anlocken? Mit Getreide. Wolle, die essen das. Gib ihnen Wolle, die essen das. Okay. Irgendwo muss die Wolle ja auch wachsen bei den Schafen. Ja, genau. Ich bin gerade am Lager vorbei, warte. Hier. Ach, da, gut, dann komme ich mit. Was wolltest du sagen mit dem Lied? Hä? Was wolltest du sagen mit dem Lied? Nix. Ich rede nicht mit dir. Ja, ich rede auch nicht mit dir. Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Äh, dein Freund? Warte mal kurz, warte mal kurz. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe Angst, scheiße, ich muss die Tür abschließen. Oh, Halleluja. So. Okay, gut. Sie ist abutt. Ja, weißt du was, Scheiße? Du siehst die Olle einfach die Tür ab. Rauchst gleich aus. Weißt du, was das Allerschlimmste an der Sache ist? Kühe, Tanni. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Äh, die lädt ja ihren Müll immer bei mir ab. Ja, wie die Schüsse. Ja. Wir haben einfach da stehen gelassen. Wir haben einfach noch einen Apfel. Kann ich? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wunde. Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Wo bist du hin? Nein, jetzt ernsthaft, wo bist du? Ist wieder da. Irgendwie in der Erde, doch nicht. Bist du in der Eislandschaft gegangen? Ich will da gerade hin, aber ich will uns vor, dass die Weg markieren. Weg markieren? So duftmarkenmäßig. Ach, da bist du. Duftmarkenmäßig. Ach, was für ein Ekelpult. Ach, deswegen hast du dich versteckt, weil du dich hinter der... Ja, ich verstehe alles, wenn du das so duftmarkenmäßig machst. Ich hole jetzt das dunkelblaue Schaf in den Käfig. Okay. Bob, das heilige Schaf heißt das. Du kannst auch dir eine Leine holen. Wir haben da so Leinen. Äh, ich glaube, entweder... Ich versuch's mal mit ihm. Wir sind schon mal mit Psy und Nobz eigentlich, aber wir können ja neue machen. Ja. Wir haben ja noch genug Schleimbälle. Da kommt's, da kommt's. Kommt, Bob, das heilige Schaf, wir müssen alle... Wir müssen erst beschützen. Bob. The holy Bob. Nicht schlagen. Nein, mach ich nicht, ich schlag doch nicht das heilige Schaf. Aber es hat sich abgelenkt gefühlt von mir. Wir können doch ein Schild dranhängen, dass das das heilige Schaf ist. Komm, Bob. Cool Schubster. Coole Sache. Tani? Ah, hier hinten. Lol. Das sah komisch aus. Ja? Ihr könnt ja ein Amboss machen und hier... Ja, genau. Wir haben Namensschilder. Müsst ihr nur ein Amboss bauen. Mach mal. Ein Amboss? Ein Amboss. Wieso braucht man erstmal ein Amboss? Obwohl, das müsste ich ja machen mit meinen 49 Leveln, die ich hab. Namensschilder, Amboss? Wofür braucht man das? Ja, um das da einzustanzen. Tani, hier rechts sind auch noch Kühe. Wo einstanz? Also du nimmst eine Kuh? Nein, ein Namensschild. Du nimmst ein Namensschild. Und eine Kuh. Und ein Amboss. Und dann legst du das Amboss auf den Amboss. Und dann... Nein. Du legst das Namensschild auf den Amboss und stanzst dann da so ein Name rein? Ja. Und alles, was du damit anwählst, heißt dann Bebop. Ja. Also du kannst es nur einmal benutzen. Naja. Sorry, dafür kriegst du jetzt ein Beizen. Aber das eine ist wirklich nur das echte Bob. Musst du gucken. Scheiße, jetzt hab ich sie paaren lassen. Nein, gibt's jetzt ein drittes Bob? Och nein. Ihr habt jetzt ein hellblaues Babyshow. Wacht, jetzt ehrlich. Ganz ehrlich. Messias 1, Messias 2 haben ein Kind. Dann ist das der wahre Messias. Ähm. Nein, wir haben jetzt 3 Pops. Was ist, wenn man das auf einen Spieler anwendet? Heißt dann auch 3 Pops. Äh, neben auf Spieler kann man das nicht anwenden. Das kannst du nur auf Tiere anwenden. Auf Dorfbewohner kannst du es, glaube ich, auch nicht anwenden. Das haben wir, glaube ich, schon mal versucht, ne, Tani? Und die dann loslegen? Die haben so viel versucht. Das hat doch nichts gebracht. Kann man einen Abendstuhl selber bauen? Ja. Oh, ein Hühnchen. Ich darf die Panne einfach mal so einen Evil schicken, weißt du? Warte mal, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch, ne? Haben wir doch? Wir haben alles. Wir haben. Boah, ja, ich renne jetzt gleich ins Lager und mache euer Eisen leer. Nein. Nein. Ich baue mir für jede Etage einen Eisenbohlem. Irgendwo Glas. Glas haben wir auch, ja. Boah, hab ich einen Hunger, ey. Explodieren Creeper bei Eisenbohlems? Darf ich mal ein bisschen euer Feld roden? Wir haben gerade schon. Ne, ich hab doch nicht. Ne, das ist doch nachgewachsen, das Weizen. Ach so, ja, dann mach doch. Aber wir sammeln hier gerade Kühe und alles. Also, heute Abend gibt's wieder Essen. Ja. Mit der Abend, Schnitzel, Steak, Hinten, äh, Chicken Wings. Oh, lecker, Chicken Wings. Da haben wir alle. Da haben die Häuser drauf drauf, ne? Herr Tobi, wo ist das Glas? Hier sind die Kühe alle auf den Bäumen. Das ist rechts im Haus. Rechts? Rechts im Haus, okay. Rechts. Rechts. Komm da runter, du dumme Kuh. Rechts. Alter. Reicht jetzt. Ich hab mich hier gesperrt. Boah, Tani, hier ist eine ganze Kuhherde und du bist irgendwo anders hingelaufen. Ja, ich schmecke gerade Schnitzel. Ach so, necker. Ich find Glas nie verdammt scheiße. Alter, was kannst du? Gar nix. Hier. Da oben, da. Es wird dunkel. Wo bist du? Da steht sogar ein Schild dran. Ach, ich kann nicht lesen. Ach so. Und vor allen Dingen, ich hab schon in die Scheißdruhe reingeguckt. Das ist schlecht. Hick-Wick! Wurr! Aha. Explodieren Creeper auch, wenn ein Eisengolem sie töten will? Äh, keine Ahnung. Ja, gute Frage. Nein, Eisengolem, ähm, töten keine Creeper. Sondern? Die machen gar nix. Die lassen Creeper komplett in Ruhe. Also, Creeper sind immer noch mein Problem, aber alle andere killen die. Ja. Hört sich schon mal gut an. Ja. Ich glaub, ich mach euer Eisen leer. Nein! Nee, komm. Du kannst ein Steak nehmen, aber mehr nicht. Ah. Wir haben das gerade ganz qualvoll geerntet. Geerntet? Ja. Ganz qualvoll. In der Höhle. Wir haben uns gequält, ne, Tani? Einmal nicht so ein Egoist. Was? Einmal nicht so ein Egoist du. Also, Fai jetzt. Ja. Ich bin immer Egoist. Ich muss gerade sagen, du bin ich denn Egoist. Naika ist auch von der Egoist, die hat mir heute noch kein Essen gemacht. Warum soll ich die denn Essen machen? Ich muss ja immer kochen. Ich mach denen mal Essen für deine beschissene Arbeit. Und ich koche immer für dich, weil du nicht kochen kannst. Fai hattest du nicht letztens zu Naika gesagt, sie soll nicht kochen, weil sie zu doof dafür ist? Nicht so doof. Die kann das noch nicht. Und die will das ja auch nicht können. Nö. Warum? Ich hab doch dich. Warum soll ich dann kochen? Das ist zu... Ah, ja. Hat zufällig jemand ein bisschen Erde? Nee, keiner hat Erde. Ich glaub, das ist unser Mangelware. Das ist komisch, dass Erde mangelt. Ja, weil Tani macht da Terraforming. Genau. Dabei brauch ich einfach nur ein bisschen Erde, um das hier oben mal alles gerades zu machen. Du redest hier von sieben Stacks. Ja. Weil du kannst natürlich das passt durch. Aber Tani macht das ja auch gar nicht gerade. Mach mal gerade hier, Tani. Hallo, hast du jetzt mal angeguckt, wie die Terraforming ich da schon gemacht habe? Es ist genauso schief wie vorher. Gar nicht. Laber nicht. Guck dir mal die Videos an, was ich schon alles gemacht habe. Da, wo die ganzen Fichten drüben stehen. Nee, 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 das interessiert mich nicht. Und der Enderman da vorne, soll ich einen Killen? Mach doch. Ja. Da brauchen die Enderperlen eh. Ja, deshalb frage ich ja. Oh, ein Pilz. Was für ein Pilz. Ein Riespilz. Alter, ich kann hier nicht weiterlaufen. Was ist das denn? Nee, wie heißt du die? Hast du ein neues Biom? Wo bist du denn? Gehst du nicht nach Hause? Hm. Warum wollte ich? Ja, mal deine Nahrung wegbringen, bevor du stirbst. Oder dass du mir bringen, bevor du stirbst. Ich sterb nicht mehr. Ich laufe jetzt erstmal nach Hause und bringe das Zeug in die Öfen. Ich renne jetzt erstmal nach unten und, äh, gar nicht. Nein. Damit die Jungs hier was zu essen haben. Steinziegel. Die Armen klein. Wichtige. Mama Leica. Das ist Licht, Leica kann nicht kochen. Sogar in Minecraft nicht. Nee. Doch, in Minecraft kann ich kochen. Nein. Ich kann's in den Ofen tun. Wo muss ich denn hin? Ah, da ist Licht. Ja, aber da kommt immer Kohle raus. Nein. Doch. Nein, da sei die Spinne bei den drei Bobs. Was? Bei den drei Bobs. Alter, tötet die Spinne bei den Bobs. Ich hab schon. Und das Skelett tötet ich auch noch gleich mit. Verdammt. Was denkt du dich? Verdammt. 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 Sonst wird das kleine Bob getötet. Ja. Und die zwei großen auch? Sonst muss das kleine Bob ohne Eltern aufziehen. Wachsen. Ja, das wär aber nicht so toll. Nee. Deswegen. Ach, SNB ist sehr gut. Stimmt. Bist du ein Zombie? Du bist ein Zombie. Ich hasse Fanboys. Gute, dass ich die Fangirls habe. Der hat wirklich Fangirls. I wanna be a girl just for a day I am. Du glaubst es nicht, aber er hat wirklich Fangirls. Beim Larten, da kommt die halt immer so. Ich glaub, wenn du dabei sein würdest, würdest du auch das Kotzen kriegen. Ich suche immer das Kotzen, wenn ich euch sieh. Ich liebe dich auch, Tani. Halt die Fresse. Wer? Du? Er oder ich. Ah, nein! Entschuldigung. Mach ruhig weiter, das ist lustig. Ja. Du bist ein Creeper immer. Scheiße, da ist ja auch schon wieder einer. Ja, ach. Ah! Nein, geh nicht hoch, geh nicht hoch, geh nicht hoch. Wollen wir nicht mehr? Geh nicht jetzt nicht. Nein, 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 nein. Mach nichts Falsches, Tobi. Wir. Ah, ja. Wenn ihr ihn beim Turm hier in die Luft jagt, dann dürft ihr das alles wieder ausbessern. Und zudem noch zwei Stockwerke dazubauen. Was? Ich bin nicht am Turm. Ich bin nicht am Turm. Tobi gibt's. Da hinten ist schon wieder ein Creeper. Ich schlag den jetzt. Na, na, nein, 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 nein. Oh, Alter, wie der sich ausgedehnt hat. Wie der sich ausgedehnt hat. Sehr sehnbar. Oh, Scheiße. Alter. Ja? Wo ist der explodiert? Nicht im Haus, auf jeden Fall. Aber neben dem Haus, bei den ganzen Truhen. Nee. Quatsch. Das machst du nachher ordentlich. Hau mal die Bäume da ab. Das kann ich so... So alle? Gesundheit. Danke. Ich kann das aber jetzt schon zumachen, weil ich jetzt wieder Erde hab. Kann mir jemand... Oh, du hast Erde? Her damit. Nur 30 Stück. Ähm. Kann mir jemand Holz bringen? Oder soll ich jetzt echt etwa die Treppenstufen nach unten laufen? Was für Holz denn? Ja, das sollst du. Mach es einfach. Aus den Kisten neben meinem Turm. Oh, Scheiße, ich bin ein Creeper. Ich hab drei Eisenholz, reicht das? Mein Bahnhof in die Luft geht, den ich sowieso nochmal neu bauen muss, weil das heißt, die aussieht, aber egal. Nee, der sieht doch ganz gut aus. Okay. Oh, hier steht eine Hexe neben dem Haus. Eie. Eie.